Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir wollen auf diese komischen Klippen-Inseln-Viecher springen. Ich glaube, wir machen einfach mal den hier und versuchen so hoch genug. Wahrscheinlich hätte ich das da an der Seite machen sollen, aber ist ja auch egal. Das könnte reichen. Ah, warte mal, da ist einfach eine Brücke. Ja, warum gehen wir nicht einfach über die Brücke? Du, das ist wieder so eine gute Frage. Da ist eine Truhe, oder? Da ist eine fucking Truhe. Leider Gottes ist da eine Truhe. So, ihr Bitches. Seid ihr ready für den Cock? Weil ich bin es nicht. So, einmal so, einmal so. Den will ich auf jeden Fall einfrieren. Hat der voll die krasse Waffe irgendwie? Kann das sein? Das sah so aus. Von meiner Seite zumindest. Ach, der ist schon tot. Ach, da ist noch so einer. Hä, da ist ein Schrein in der Nähe? Habe ich einen Schrein verpasst? Wie kann ich an dem vorbeirennen? Das geht doch gar nicht. Und wie kann ich den nicht mehr im Eis treffen? Da ist noch ein Silberner? Ne, oder? Oh Gott. Als wären die nicht so schon stark genug. Irgendwie sieht er mich nicht. Und der andere war immer noch vereist. Eben. Aber den hole ich mir als nächstes. Ach, kann ich denn nichts mehr machen? Ne, ne? Ach Gott, was habe ich denn für Scheiße dabei? Ich probiere mal das Chimernschwert. Wie viel Damage das jetzt eigentlich an dem macht? Das geht so, ne? Gar nicht mal so nice. Ich probiere mal was. Und zwar mache ich einfach mal einen auf Eis. Ich habe ja so viele von denen. Da kann man das auch mal machen. Die haben einfach so viel Leben. So, das, das kotzt mich so ein bisschen an. Warum so viel Leben? Chill doch dein Leben. Hä, chill dein Leben. Habe ich nicht gesagt. Sorry. Danke fürs Sterben. Topaz, Topaz. Ja, ich meine. Es ist trotzdem, glaube ich, worth, dass wir die ganze Zeit killen. Weil. Wir geben schon gut Geld. Holy shit, der hat meinen Pfeil abgewirkt. Okay, okay. Das nehme ich persönlich. So, irgendwann ist es einfach vorbei dann. Mit der Freundschaft. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Wie kann ich so gar nicht treffen? Ich habe ihm einfach sein Schild aus der Hand gefeckt. Ich ziehe es doch einfach ein. Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Bing, bing, bing. Aber dass da drei Silberne waren, das ist langsam echt grenzwertig. Weil es ist echt schon viel. Da vorne soll irgendwo ein Schrein sein. Da waren wir doch eben, oder nicht? Willst du mich denn verarschen? Vor allen Dingen können wir nicht einfach liegen lassen. Schuppenlanze, ja. Das war ja immer ein mega schwaches Teil. Fuck. Jetzt sagt bloß, da unten irgendwo, wo ich runterspringen muss dafür. Ach, das ist das hier. Ja, okay. Das wissen wir. Das wissen wir. Den haben wir schon letztes Mal nicht gefunden. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ähm, habe ich zwar Bock drauf, aber machen wir jetzt noch nicht, weil das irgendwie umständlich gerade ist. Leuchtsteine, okay. So, haben wir hier noch eine Brücke, wo ich rüber könnte, oder nicht so? Da vorne ist eine. Dann gehen wir einfach da vorne hin. Natürlich könnten wir anscheinend auch einfach hochfliegen. Wobei, zählt das als Brücke, oder ist das einfach nur ein Baumsturm? Baumrinde. Ach, geht so. Ich zähle es mal als Brücke. Ausnahmsweise. Wenn mich hier jemand runterschubst, dann bin ich sehr wütend. Vielleicht hat da gerade irgendwo Feuer? Nee, aber da war eben eine Drohne, ne? Da habe ich eben eine Drohne gesehen. Okay, hier sind vielleicht antike Monster. Das sollte uns klar sein. So, versteckt sich da was oben? Könnte das sein? Oh, Maxirüben. Große Maxirüben. Oh mein Gott, ja, bitte. Okay, meine Frage ist... Lebst du? Nein. Eindeutig nicht. Danke für die Schraube und tschüss. Ach, unter uns ist jetzt theoretisch auch was, ne? Vielleicht sollten wir da mal kurz runter. Und gucken, ob was... ...noch bei diesem Motherfucker rumliegt. Felsen. Was will ich mit den Felsen? Bringt doch nichts, hier runter zu schießen, oder? Ja, warte, da unten ist irgendwo was. Kann man da runter? Warte mal. Passiert irgendwas? Ich meine, nicht so really, aber... ...was ist, wenn wir... ...ne Bombe da reinwerfen? Dann ist es gar nicht mal so scheiße. Und noch einer. Also theoretisch könnten wir auch einfach mal runterfliegen... ...und gucken, was da abgeht. Finde ich. Weil wir kommen ja anscheinend jederzeit wieder hoch. ...ist da einfach nur Wasser, oder? Was ist das für ein Vieh da vorne? Ist es ein Exile-Floss? Ja, ne? Ja gut, das ist gar nicht mal so interessant. Vor allem, weil ich da nirgendwo stehen konnte... ...und ich hab kein Bock auf Wasser. Ich hasse Wasser. Oh, was geht ab, Link? Alles klar. Fliegen mal ein bisschen. So, was ist da? Bullshit, Bullshit, Bullshit. Oh, nicht so Bullshit. Oh, da vorne kann man was kaputt machen. Hm, das liebe ich. Ach, Revalis Sturm ist wieder bereit. Das ist sehr gut. Den brauchen wir hier. Den brauchen wir. Das sehe ich nämlich schon kommen. ...dass ich keinen Bock hab, irgendwo hochzuspringen. Können wir einfach einen auf... ...ich springe hoch machen. Okay. Ich werfe das einfach mal ein bisschen. Überraschung, ein Krog. Unerwartet. What the fuck? Das tut mir leid, Mr. Krog. Aber das musste sein. So, komm ich da komplett wieder hoch, oder? Oder einfach gar nicht. In der Höhe bleib ich einfach. Hm. Du, dann klettern wir da hoch. Das sehe ich nicht ein. Okay. Und dann gehen wir zum nächsten Felsen. Oh. Sag bloß, da ist noch ein Krog. Autsch. 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 Was? Da war echt noch einer? Nee. Du. Das kannst du mir nicht erzählen. Wow, ehrlich jetzt? Okay, rüber. Rüber, rüber, rüber. Sehe ich da jetzt schon was? Nicht so wirklich. Man weiß aber nie. Eigentlich könnte man theoretisch auch unten anfangen, ne? Wäre das schlauer? Ich weiß es nicht. Warum ist da ein Stein? Weil hinten dran irgendwas ist. Ich will drüber. Ich will hinter den Stein, damit ich den da wegschieben kann. Natürlich funktioniert es irgendwie nicht, wie ich will. Ja, da ist Maxi-Trüffel. Dude. Das ist nice as shit. Kein Wunder, dass sie das von mir verstecken. Sie hassen mich. Ja, da sollte ich eigentlich nicht hin. Da sollte ich aber hin. Ist da vorne was? Ja, der Weg zum nächsten Felsen. Und dann gehen wir noch einmal kurz auf den Felsen oben drauf. Oh, oh. Warte mal. Das hätte ich fast übersehen. Oh. Nichts. Hm, nice. Ich liebe nichts. Knapp, 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 knapp. So, da ist auch nichts mehr. Fuck you. Obwohl auf dem letzten Felsen ein Schrein ist oder sowas. Auf jeden Fall ist da vorne noch eine Drohne. Und das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst und Sorgen. Aber ich schätze, das ist das Problem von morgen. Oder sowas. Oder ich schieße ihn einfach ab. Wenn ich treffen würde. Tue ich aber nicht. Deswegen lassen wir das. Das sieht echt unstabil hier aus. Sage ich dir ganz ehrlich. Würde ich gar nicht mal so gerne drüber. Alter, wie kann ich denn nicht treffen? Du, das war gar nicht so cool. Das war gar nicht so cool. So, was machst du jetzt? Das frage ich mich. Ja, die ganzen Teile mit in deinen Tod nehmen. Das tust du. Scheiße. Alle Teile verschwendet. Das tut mir in der Seele weh. Und ich will da nicht runterspringen. Fuck. Vielleicht hätte ich das trotzdem machen sollen. Ich weiß es nicht. Ach, da ist noch einer. Wie viele von den Fallen haben wir? Zwei. Ich meine, es sah cool aus, wie er gestorben ist. Gebe ich schon zu. Nein, ich kann nicht klettern. Im Regen kann ich nicht klettern. Ihr Motherfucker. Warum tut ihr mir das an? Die hassen mich doch. Die hassen mich doch abgrundtief. So, warum sind hier so viele von den fucking... Da ist eine Truhe. Da ist eindeutig eine Truhe. Okay, so kann ich das eh nicht bewegen. Und du kommst zu mir. Plopp. Mh, beautiful. Beautiful. Bitte einmal aus dem Weg. Danke. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Ich brauch's aber nicht, Bitch. Darugs Schirm ist jetzt einsatzbereit. Wenn ich ihn brauche oder allgemein. So, dann sind wir hier. Und da kann ich nicht mehr hoch. Das ist Bullshit. Und das ist halt einfach so. Oder kann ich hier hoch? Nö. Ach, warte, es regnet gar nicht mehr. Oder wie sehe ich das? Ach, zerbricht gleich. Dann kann ich ihn gleich absägen. Warum regnet's hier? Eben hat's nicht geregnet. Ich werde doch verarscht. Ich werde doch eindeutig verarscht. Wie die Knochen da hoch... Ah, funny. Und hier oben ist einfach nichts. Hat sich ja richtig hart gelohnt, du. Ich bin echt ein Glückspilz. So, hier regnet's doch gar nicht. Warum hat's da vorne geregnet? Das ist unfair. Schrein in der Nähe. Ha. Irgendwas Gescheites da? Nee. Nur seine Knochen wieder. Und Hörner. So, wo soll... Wo soll dieser Schrein jetzt sein? Anscheinend da vorne irgendwo, hä? So, ich hab zwei antike Pfeile und da sind zwei Gegner. Das passt, oder? Will ich das? Wir tun's einfach. Bitte lande einfach. Hä, warum ist er nicht gestorben? Warum hat das nicht gereicht? Äh, Einspruch. Elektrizität. Wie wär's damit? Ich muss was essen, glaub ich. Oder ist Miefas gebet bereit? Es ist bereit. Okay, nevermind. Auch nice. Ich bin nicht nah genug an ihm dran, dass ich dem so ein Damage machen würde. Weil ich ins Auge treffen muss. Aber das tue ich nicht so wirklich. Ich müsste vor ihm irgendwie hochfliegen oder sowas. Aber dass der antike Pfeile den nicht gewonnen hätte, das macht mich ein bisschen traurig. Ey, das ist doch ein Felsen. Warum krieg ich den nicht einfach weg? Oh, ich glaub, da ist der Schrein drin. Darauf muss man auch erstmal kommen. Kamu-Schrein. Ja, du, das machen wir aber in der nächsten Episode. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Ah, wir gehen schon mal rein. Ah, ich hab Angst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst. Tö-tö. Hihihihi.